Okay, der Imposter, der Unge zuerst umbringt, kriegt 100 Euro von mir. Geil! Ja! Ja! 10? Oh, auf einmal hat er eben noch 100 gesagt. Nein, nein, 100 Abgifts. Nein, nein, 100 Abgifts. Ey, Unge, wirklich, ich find's so geil, dass du so reich bist. Du bist einfach mein Vorbild wegen deinem Geld. Ich bring dich als Erster um. Ich bring dich. Pass auf, der Imposter von euch, der Rewi zuerst umbringt, den werd ich auf gar keinen Fall rausvoten. Okay, der Imposter, der Unge zuerst umbringt, kriegt 100 Euro von mir. Okay, ich mein's ernst. Wenn Unge in der ersten Runde stirbt, kriegt derjenige von mir 100 Euro. Ich mein's ernst. Okay. Okay. Alter, geil. Let's go. Ich hab nur Leiche gefeiert. Geil! Ja! 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 Geil! Okay, wer? Kannst bitte derjenige einfach zugeben, wer's gewesen ist? Wer hat nur noch umgebracht? Komm schon. 100, ich geb die Subgift, jetzt sofort. Oder spielen wir, bis wir's rausgesunden haben? Wir spielen jetzt auch ausgerunden haben. Okay, okay, die Subgifts kommen danach. Okay, wir spielen weiter. Es ist nichts passiert. Wir haben keine Anhaltspunkte. Skipvote. Ganz klar, Skipvote. Schönster Tag meines Lebens. Ich hoffe, ich werd jetzt auch umgebracht, weil ich hab's nämlich verdient für diese dreckige Schandtat, die ich dort verbracht habe. Ich muss jetzt auch sterben, weil ich nämlich ein dreckiger Schweinehund bin, der seinen eigenen Freund Unge einfach verraten hat, Digga. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist es mir wert. Das ging so geil schnell. Boah, es war echt assi, aber auch geil. Fiene hier gerade direkt hingestappt, wollte mich wahrscheinlich auch umbringen. So nicht Fiene. Ich glaub, es war sogar Fiene. Digga, einfach Kopfgeld, sein Urgroßvater, Digga, auf Unge. Muss man sich auch erstmal trauen, den größten YouTuber der Welt umzubringen. Was viele nämlich, die wissen, Unge ist 2,19 Meter. Klar, das sind nicht die Regeln von Among Us, die wir hier befolgen. Aber mein Gott, es sterben Menschen in diesem Spiel. Was soll man tun, ne? Oh nein. Okay, es wurde Fiene im Report, aber ich glaub, ich weiß, wer Mexi gekillt hat. Mexi ist mit Fabo oben links Elektro gewesen und Mexiko war bei Vitals schon dead und ich wollte reporten gehen. Plus, Fabo hat auch schon mal in Craft Attack was für Geld gemacht. Warte mal, warte mal, warte mal. Waste, warte mal ganz kurz. Ich hab vorhin Tim Jacken und Mexi allein gelassen. Wann hast du das gefunden, die Leiche? Oder wann hast du das, äh... Mexi ist gerade vorhin noch circa 10 Sekunden Elektroger an mir vorbeigelaufen. Und Fabo war noch da. Fabo ist mit ihm mit daher gelaufen. Ja, und? Ja, und? Dazu kommt auch, wie gesagt, dass Fabo schon mal sowas für Geld gemacht hat. Wir kamen hier gerade im Office hingegen. Das heißt, Revi. Dass du alles für Geld machst. Auch Unge töten. Also, ich war gerade bei YouTube. Wir waren gerade Office. Es waren gerade drei Leute im Office. Ich stand im Admin-Panel. Fabo, wenn du es jetzt wirklich gewesen bist, ne? Dann bist du jetzt auch ehrlich und kriegst nochmal fünf Sub-Gifts on top, wenn du es jetzt sagst. Wenn ich was sage. Dass du es warst und du warst es auch. Ich war es aber nicht. Dann ist okay. Aber Base, wo warst du am Ende? Hm. Bei O2. Ich wollte gerade hoch, darum zu den Leits. Warst du bei O2? Wo war Spendy Boy? Äh, ich war bei diesem komischen Ding Planetensuchender. Wo liegt denn die Leiche? Kann das jemand bestätigen? Die Leiche liegt vor Weitels. Irgendjemand ist noch gelaufen. Ich habe es sogar tatsächlich gesehen, während ich die Task gemacht habe. Unten, drunter. Aber ich weiß nicht, wer das war. Mir kam von da jemand entgegen, den ich ganz kurz gesehen habe im Lichtkegel. Aber ich weiß, ich wusste nicht, wer es war. Ich glaube, ich habe das wieder zu hoch. Entschuldigung an Unge. Entschuldigung an Unge. Es tut mir leid. Sorry, Unge. Ich mache sowas nie wieder. Unge, ich liebe dich. Tut mir leid, Unge. Ich fühle mich jetzt wirklich schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist Wahnsinn, wenn man überlegt, dass man für 100 Euro mittlerweile einen Mord bekommt, ne? Vielleicht lässt Fabo mich sogar leben. Und der Fabo ist es einfach auch gar nicht. Das kann natürlich auch sein, ne? Maxify also. Achso. Okay. Na gut. Habe ich verdient. Ich habe ich verdient. Oh, fuck. Revi, Mann, du bist nicht gemeint, du kleiner... Mann, Digga, meine Tastatur ist broke. Zehner. Ach, Mann. Ich b***. Ach, ich dummer b***. Mann, ich dummer, dummer b***. Diese Müll... Och, Digga. Och, Mann. Och, Mann, Digga. Och, Mann. Och, Mann. Och, Mann. Das tut mir so leid, Digga. Ich bin so ein B***. Mann, diese... Hä? Hey, Maxify ist doch tot. Ach, das war... Oh, dann habe ich nichts verraten. Dann habe ich ja gar nichts verraten. Dann ist ja gut. Ich dachte, es wäre Maxify gewesen. Oh, mein Gott. Okay. Oh, mein Gott. Junge, Revi ist total immer... Ich bin so... ...dein Alter. Aber es war nicht mal Maxify. Ich habe gesagt, es war Maxify, aber der war ja schon tot. Simon, das tut mir wirklich leid. Bitte. Tut mir leid, Simon. Wem kann ich Geld geben? Fabo oder Vase? Das ist 50-50, oder? Okay. Das ist echt 50-50, Mann. Okay. Jeder 10 Subgifts. 10? Oh, auf einmal hat er eben noch 100 gesagt. Er hat doch eben 100 gesagt. 100 Euro hat ich gesagt. Nein, nein, 100 Subgifts. Nein, Digga. 100 Subgifts. Neck mich. Hä? Revi auf einmal geizig. Revi auf einmal geizig. Revi auf einmal geizig. Gönn doch mal, Revi. Gönn doch mal. Gönn doch mal. 100 Immobilien. Nein, nein, stopp. Okay, jeder von euch kriegt 20. Dann machen wir es jetzt so. 50 für jeden. 50 für jeden. Ich habe gesagt, es gibt 100 Euro, Simon. Ich bin auch nicht... Ich wohne nicht auf Madeira, Digga. Geht aber los hier. Unreinig. Jeder 20 Subgifts. Das ist doch nett. Das ist doch nett. Vase.de. Bist du gerade offline? Ja. Ja, dann gibt ich jetzt offline Subs, oder was? Was ist das denn? Revi, er hat 100 Subs gesagt. Ich habe nicht 100... Re-Roll. Okay, der Imposter, der Unge zuerst umbringt, kriegt 100 Euro von mir. Ich kann Vase nicht mal Subs giften. Dann gibt sie mir einfach. Nee, ich gebe Vase Geld einfach. Vase geht jetzt einfach 100 Euro von mir, so. Digga, jetzt habe ich jetzt 200 Euro ausgegeben, für was für einen Simon-Code. Das war es wert. Schnell weg hier, bevor ich umgebracht werde. Schnell, schl-schl-schl. Ich bin jetzt das Top-Ziel Nummer 1. Ich werde von einem getötet werden. Ich sage es euch, wie es ist. Aber es ist auch ein bisschen lustig, oder? Kommt schon. Nö. Let's go, baby! Okay, gleiche Dings gefunden rechts oben bei diesem Kiloskop. Ja, tschüss, baby! Danke, danke, danke. Hä? Möchtest du fallen? Hab ich das nicht gesehen? Danke, danke. Das kann sein, dass du ihn vorher gefühlt hast. Aber wo liegt er denn? Vom Labor rechts oben, beim Teleskop, oder? Ja, ich kam von links rein, Simon. Ja, du kamst wirklich von links rein, aber es kann trotzdem sein. Ich kann aber auch runde gewendet sein. Aber ich war... Ich würde Fabo jetzt nicht direkt in Schulz ziehen, weil er ist wirklich von links gekommen. Maxi, wo warst du denn? Beim Teleskop. Ich habe meine Aufgabe gemacht. Gehe von der Aufgabe weg und da lag da eine Leiche. Ich war gerade am Anfang, ganz am Anfang, bin ich in der Lab gelaufen. Das weiß ich. Nee, das war nicht gewollt. Nee, das war wirklich nicht gewollt. Das war wirklich nicht gewollt. Lars, gib mir Seenorewi, keine Ahnung. Ja, ist sein. Ja, aber wem? Ich habe gesagt 100 Euro, jetzt hat jeder 100 Euro bekommen. Das ist doch cool. Mann, Alter, was ist 2020 für ein Jahr, oder Leute? 2020 hat uns echt eine Menge gegeben. Zum Beispiel Among Us, wirklich ein geiles Spiel. Kam zur richtigen Zeit. War ja schon vorher da, ist aber halt einfach nur... Man spielt ja hier mit Freunden wie ein Gesellschaftsspiel. Das ist ja schon geil. Aber dieses Jahr, Alter, wirklich. Also ich glaube, dass dieses Jahr ewig in Erinnerung bleiben wird. Nicht in guter Erinnerung, though. Digga, also wirklich. Hey, wenn ihr Leute zum Among Us-Spielen sucht, schaut auf meinem Discord vorbei. Da organisieren sich immer wieder ein paar Leute. Schaut mal, ob ihr da nicht vielleicht eine Gruppe findet. Da gibt es mehrere Channels und sowas. Checkt meinen Discord gerne mal aus. In der Zeit, wo wir alle so lonely sind und vielleicht im Lockdown festhängen und sowas. Achtet bitte auf euch gegenseitig, ja. Ich habe meine Aufgaben hier durch. Ich mache mal ganz kurz hier eine Ansage. Achtet bitte auf euch gegenseitig, ja. Und solltet ihr irgendwie Freunde haben oder sowas, von denen ihr wisst, dass die vielleicht mit Depressionen oder mit sonstigen psychischen Vorerkrankungen zu kämpfen und zu haben und belastet sind. Seid bitte für die da. Meldet euch regelmäßig bei denen, auch wenn ihr euch gerade physisch nicht sehen könnt. Schaut bitte und gebt aufeinander Acht, ja. Und wenn ihr, wie gesagt, gerade lonely seid oder keinen irgendwie für euch habt oder, oder, oder. Es gibt den Discord von mir, es gibt den Discord von anderen Streamern. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, sich mit Leuten übers Internet zu vernetzen. Ich fände es wirklich cool, wenn, ja, ihr füreinander da seid als Community. Es gibt Instagram-Channel und sowas, wo sich organisiert wird. Achtet bitte auf euch gegenseitig. Ja, das ist mir ganz wichtig, dass es euch allen gut geht. Corona ist eh schon, ne. Aber, äh, das ist nochmal was ganz anderes. Wir wollen nicht, dass noch mehr Leute darunter leiden. Und, ähm, ja, Digga. Passt bitte einfach auf euch gegenseitig auf. Und es ist ein krasses Jahr für uns alle. Es ist wirklich eklig, was, was passiert so. Aber lasst uns einzig vergessen, Mann. Wir sind immer noch irgendwie, als Gesellschaft, haben wir immer noch uns gegenseitig. Und haben immer die Möglichkeit, uns zusammen zu unterstützen. Und, ey, wir als Menschheit haben schon so viel Shit durchgemacht, Mann. Und wir kommen da auch durch, Mann. Wir kommen da auch durch. Es wird eine harte und eklige Zeit. Aber solange wir aufeinander Acht geben und uns gegenseitig den Rücken stärken, kriegen wir das alle hin. Okay, Chat? Grüße geht raus an euch. Und ich hoffe, euch geht's weiterhin gut. Okay, dir. Okay. What? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020